Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Irines Bastelzimmer. Ich bin Irene Wendland und bei mir dreht sich alles um das Basteln mit den schönen Produkten von Stampin' Up. Und wenn du dich jetzt fragst, wie komme ich denn an diese Produkte, dann habe ich einen Tipp für dich. Fordere dir dein persönliches Katalogexemplar bei mir ab und dann kannst du dir schon bald deine Wünsche erfüllen. Nimm dazu einfach Kontakt mit mir auf. Die Kontaktmöglichkeiten findest du unter dem Video. Ich freue mich auf deine Nachricht.